Das heutige Horoskop, Skorpion, 20. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Umarmen Sie die sich ständig verändernden kosmischen Strömungen. Sie wissen, wie wichtig es ist, mit dem Strom zu schwimmen. Aus der Ferne bieten die Asteroiden und ihre Bewegungen oft weitere Einblicke in die Entwicklung unserer Seele. Vesta, der Asteroid, der nach der römischen Göttin des Herdes und der Heimat benannt ist, ist wichtig im Auge zu behalten, da er auch eine Verbindung zur inneren heiligen Flamme eines Menschen herstellt. Dieses Licht kann niemals verschwinden oder gestohlen werden, da es im Innersten der eigenen Seele verwurzelt ist. Vesta macht jetzt einen Rückschritt in den subtilen Meeren des Krebses und ermutigt sie, ihre emotionalen Bedürfnisse in Verbindung mit heiliger Sexualität anzunehmen. Bald wird sie zu den Zwillingen zurückkehren. Sprechen Sie es aus. Verhandeln könnte Ihr Hauptthema für heute sein, wenn der retrograde Merkur im Steinbock im Treigen zum retrograden Jupiter im Stier steht. Möglicherweise gab es vor ein paar Wochen ein Gespräch über Ihre beruflichen Vereinbarungen, Verträge oder ein Angebot. Jetzt, da das Treigen dies wieder in den Fokus rückt, besteht möglicherweise eine Chance, über etwas zu verhandeln, das Sie wollen. Möglicherweise fühlen Sie sich selbstsicherer, wenn Sie eine höhere Vergütung fordern oder bestimmte Verpflichtungen ablehnen. Allerdings ist es möglicherweise am besten, mit der Festlegung auf etwas anderes zu warten, bis Merkur direkt ist. Während die Sonne nur noch drei Tage davon entfernt ist, ihren Einkommenssektor zu verlassen, was letztes Jahr um diese Zeit alle Planetenaktivitäten auf der Einkommensseite des Finanzzauns für fast elf Monate zum Erliegen brachte, ist Merkur nur noch vier Tage davon entfernt vom Rückschritt zurück. Das und die Tatsache, dass der Mars auf dem Mars bleibt und die Unterstützung von Planeten an der Arbeitsfront zunimmt, nimmt jeglicher Dringlichkeit. Die Planeten geben Ihnen jede Menge frische Energie zum Spielen. Die Energie ist fantasievoll und leicht, aber dennoch bedeutsam. Dies ist nicht die Zeit, die albernen Dinge im Leben zu genießen und den Rest zu vergessen, sondern vielmehr, Ihren Horizont zu erweitern und das Neue in Ihr Leben einzuladen. Geben Sie die Gewohnheiten auf, die Sie in einer festgefahrenen Position festgehalten haben. Veränderungen müssen nicht intensiv und traumatisch sein, aber sie erfordern Arbeit. Trinken Sie Rotklete, um Ihrem Blut zu helfen, diese festsitzenden Stellen aufzulösen. Erledigen Sie noch heute unerledigte Geschäfte. Die Essenz dieses Tages wird Ihnen helfen, die Weichen für den Beginn eines weiteren Zyklus morgen zu stellen. Bedenken Sie außerdem, dass Sie tendenziell weitaus effizienter sind, wenn Sie die Dinge so gut wie möglich erledigen. Ihre Gedanken kehren nicht zu alten Dingen zurück, die noch Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sie werden Freude an einer frischen Sicht auf neue Projekte haben. Zögern Sie nicht, um eine zusätzliche Hand zu bitten, wenn es nötig ist. Zur gleichen Zeit, in der sich eine bedeutende Allianz zwischen den Planeten an der Einkommens- und Jobfront, die in den letzten Tagen ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu trennen beginnt, verlagert der Mond den Fokus auf die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens, genau wie die Sterne beginnen sich an den Fronten Kommunikation, Freundschaft und Beziehung ausrichten. Dies sollte für etwas Konkurrenz sorgen, aber da der Mond noch zwei Tage von seinem letzten Besuch in ihrem Arbeitsbereich in diesem Jahr entfernt ist, besteht keine Dringlichkeit. Allerdings ist die richtige Walk-Life-Balance deshalb wichtiger denn je. Heute wird der Mond nicht nur zu seinem letzten Besuch in ihrem romantischen Sektor in diesem Jahr zurückkehren, sondern auch zum ersten Mal seit Neptuns direkter Wende und zu seinem einzigen Besuch, während Venus, der Planet der Liebe, im Skorpion steht. Während sich die Venus Neptun bereits nähert, wird der freundliche Aspekt des Mondes bei seinem Durchgang einige der romantischsten Tage des Monats schaffen. Täglicher Planetenüberblick Unter dem Einfluss des Fischermonds wird unsere emotionale Landschaft besonders zart und drängt uns, vorsichtig darin zu navigieren. Es ist wichtig, klare Grenzen zu setzen und Gespräche proaktiv einzuschränken, wenn Müdigkeit oder Energieverlust eintreten. Der heutige Tag ist ein günstiger Zeitpunkt, um Transformation anzunehmen und emotionales Wachstum zu fördern und so den Weg für die persönliche und psychische Entwicklung zu ebnen. Wir werden dazu ermutigt, visionäre Gedanken über die Zukunft zu machen und uns dazu zu ermutigen, umfassend über unsere langfristigen Ziele nachzudenken. Inmitten der Mondenergie der Fische gibt es eine Sehnsucht nach Veränderung, neuen Verbindungen und Herausforderungen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diese Bestrebungen mit der Praktikabilität in Einklang zu bringen. Auch wenn Ihre Wünsche ehrgeizig sein mögen, ist es wichtig, die Notwendigkeit eines vernünftigen Zeitmanagements und der Formulierung tragfähiger Pläne anzuerkennen. Erwägen Sie, Bewegung in Ihre Routine zu integrieren, um neue Energie zu tanken, bevor Sie sich auf den Weg machen, Ihre Ziele in die Realität umzusetzen. Auch wenn Ehrgeiz lobenswert ist, ist es wichtig, sich Ihrer aktuellen Grenzen in Bezug auf Ausdauer und Willenskraft bewusst zu sein. Die Anpassung der Erwartungen kann ein strategischer Schritt sein, um sicherzustellen, dass Sie gut vorbereitet sind, wenn sich Gelegenheiten ergeben und Herausforderungen meistern können, ohne in Erschöpfung zu verfallen. Gönnen Sie sich Momente der Entspannung, um möglichen Enttäuschungen vorzubeugen, mehr Freude an Ihren Unternehmungen zu haben und Ziele leichter zu erreichen. Behalten Sie im Umgang mit anderen ein Verhalten bei, das von Freundlichkeit, Gelassenheit und Großzügigkeit geprägt ist. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie nach Gerechtigkeit streben, und stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Streben nach Gerechtigkeit nicht zu viel nachgeben, was später zu bedauern führen könnte. Ihre diplomatische Herangehensweise ist von Vorteil und erntet letztendlich Anerkennung und Respekt von Ihren Mitmenschen, die Ihre Großzügigkeit erwidern. Seien Sie inmitten der emotionalen Strömungen vorsichtig bei Attraktionen, unabhängig davon, ob das Objekt der Begierde verfügbar ist oder nicht. Das Verharren auf solchen Szenarien kann zu Problemen führen, und je nach Charakter ist es ratsam, Ihre Gedanken umzulenken oder effektiv damit umzugehen. Indem Sie mit Achtsamkeit durch diese emotionalen Gewässer navigieren, können Sie die Kontrolle behalten und unnötige Komplikationen vermeiden. Himmel für heute Gleichzeitig erreicht eine harmonische Ausrichtung zwischen Merkur im Karrierebereich und Jupiter im Einkommensbereich Ihren Höhepunkt, während eine weitere günstige Verbindung zwischen Uranus im Einkommensbereich und Juno im Jobbereich in den nächsten 24 Stunden kurz vor Ihrem Höhepunkt steht. Wenn Sie sich den letzten Tagen dieses Berufsjahres nähern, kommt es zu einer kosmischen Konvergenz, die die Sterne in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere in Einklang bringt. Da sich beide Planeten in ihrem Einkommenssektor derzeit in einer rückläufigen Bewegung befinden, erleichtert diese Himmelskonfiguration die Erschließung ungenutzter Einkommenspotenziale. Die Personen, denen Sie begegnen oder mit denen Sie in Kontakt treten, zeigen außergewöhnliche Rücksichtnahme und Verständnis. Auch wenn der Wunsch, viele Freunde zu treffen, groß ist, ist es ratsam, Ihren Terminkalender nicht zu überfordern und die Dinge nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Auch in Ihrem beruflichen Umfeld erhalten Sie reichlich Anerkennung und Lob, begleitet von neuen und interessanten Perspektiven. Allerdings ist Vorsicht geboten, um eine Überlastung zu vermeiden. Die Atmosphäre ist von Offenheit und Freundlichkeit geprägt und schafft ein förderliches Umfeld für die Diskussion von Problemen und Emotionen, ohne anderen Schaden zuzufügen. Vertrauen Sie Ihren Instinkten, lassen Sie jegliches Selbstwertgefühl los und tauchen Sie ein in ein ungewohntes, aber harmonisches Gefühl des Friedens. Inmitten dieser kosmischen Einflüsse entsteht ein günstiger Zeitpunkt, um etwaige Missverständnisse oder Konflikte anzusprechen und eine Lösung zu fördern. Während sich die Sonne darauf vorbereitet, ihren Finanzsektor in drei Tagen zu verlassen und damit den Abschluss der planetaren Finanzaktivitäten des letzten Jahres zu markieren, wird Merkur nur vier Tage später wieder zurückgehen. Da der Mars seine Präsenz in diesem Sektor für den Rest des Jahres fortsetzt, wird die Dringlichkeit in den letzten Tagen der Sonne gemildert, sodass Sie Ihre finanzielle Situation und Geldangelegenheiten im Rampenlicht behalten können. Fortschritte in Richtung Erfolg sind durch proaktive Veränderungen erreichbar. Unerwartete Unterstützung kommt von denen, die Ihnen nahestehen, und begrüßt einen neuen Ansatz. Nutzen Sie Spontaneität, erschließen Sie neue Perspektiven in Beziehungen und erweitern Sie dieses Prinzip auf Ihren Gesundheitsansatz, indem Sie unbekannte Aktivitäten ausprobieren. Ihre harte Arbeit bringt Ihnen Anerkennung und Lob ein, und Ihre Beiträge werden mit konkreten Belohnungen gewürdigt. Investieren Sie in Ihrem Privatleben nicht nur in Freundschaften, sondern auch in Ihr Liebesleben. Priorisieren Sie Ihre Fitness, bewältigen Sie Stress und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie für ein umfassendes Wohlbefinden benötigen.